Mein Name ist Marc Adold, ich bin 35 Jahre alt, derzeit in der Wiener Neustadt in der Küchenabteilung und dort eben als Abteilungsleiter tätig. Seit zwölf Jahren bin ich im Unternehmen, das heißt eben während des Studiums schon, war dann einfach die Frage, was möchte ich in Zukunft weiterhin machen? Und da bin ich eben unter anderem auf die XXXLs Gruppe gestoßen und da war auch die Möglichkeiten, was dort einfach geboten werden, für mich das Interessanteste und habe dann wirklich aus Trainee auch in Wiener Neustadt auch angefangen. Das Wichtigste sicher im Verkauf, wo man mit Menschen zu tun hat, sind natürlich die Menschen, sprich die Kunden. Das heißt Kunden eben betreuen, beraten und ihre Wünsche und Bedürfnisse in der besten Wissen und Gewissen einfach erfüllen. Natürlich neben der Kundenberatung, Betreuung und den Planen gibt es natürlich gerade in der Küchenabteilung auch andere Herausforderungen. Das ist natürlich die ständige Weiterbildung. Geräte ändern sich sehr, sehr, sehr viel. Und da muss man natürlich immer ständig am aktuellen Stand der Technik sein. Aber natürlich sind auch viele andere Tätigkeiten notwendig. Das heißt natürlich mit Planungssoftware, hier natürlich sich auch auszukennen. Dann technische Detail, wo man einfach sagt, okay, Farbenlehre, innenarchitektische Sachen, wo natürlich die Kunden auch sehr viel Wert drauf legen. Zufrieden nach Hause gehen ist immer dann, wenn man durch die Türe durchgeht und einfach mit einem Lächeln im Gesicht. Und das ist bei mir speziell immer dann gegeben, wenn ich weiß, ich habe einfach meinen Job gut gemacht. Ich fühle mich wohl bei der XXXLutz-Gruppe selber. Das heißt, wo es dann wirklich hingeht, meine Reise, ich weiß es nicht, aber ich bin für alles offen und schauen wir, was die Zeit bringt.